Hallo, mein Name ist Maximilian Gnäste, ich bin 19 Jahre alt und Schüler der VW Schömbaungasse. Ich würde mich als einen Schüler beschreiben, der eher selten in der Schule ist, sich aber umso mehr mit jener beschäftigt. Als Bundesschulsprecher bin ich der gesetzlich gewählte Vertreter von 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern. Zu meinen Aufgaben zählt es, jene gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik zu vertreten. In meinem Terminkalender findet man so Treffen mit Pressevertretern und Verhandlungen mit Politikern. Ich setze mich nicht nur in der Vertretung von Schülerinnen und Schülern ein, sondern auch in der Fortbildung von jenen. So habe ich beispielsweise im Jahr 2015 über 100 Stunden ehrenamtlich als Trainer im Seminarraum verbracht. Ehrenamt ist teuer, deswegen verdiene ich mir mein Taschengeld als Skilehrer. Auf zahlreichen Auslandsaufenthalten konnte ich meine Sprachkenntnisse verbessern. So war ich beispielsweise schon zweimal in Brüssel, wo ich unter anderem am Projekt 20 Jahre EU-Beitritt der Stadt Wien mitgewirkt habe. So viel zu meiner Person. Mehr über mich und meine Arbeit erfahren Sie auf meinem Blog unter www.gnester.at.